Das war einer der Cracks und da wurde kein Licht gebaut und wenn wir einfach machen die Proben, die Kamera draufhalten, los geht's. Und ich habe selten so viel Spaß gehabt, weil das so großartig war und so ausartete auch. Und ja, dann kam der raus und das war ja ein mega Erfolg. Also ich meine, das haben ja Bernd Eichinger und Tom zusammen geschrieben. Und ja, ich finde, man musste alles ausprobieren, man muss ja alles irgendwann machen. Also nicht alles, aber viel, also das, was man irgendwie vertreten kann. Und der ist doch gut gelungen, der Film. Also ich finde ihn heute noch klasse. Ja, ich auch.